jetzt so, entschuldigung, die kurze Unterbrechung was? ach, hi bin ich wirklich zu wende? hallöchen sorry, ich war gerade kurz das war so typisch das war zwei Sekunden mal im Background und direkt kommt jemand, warum steht bei dir noch Hitman? ach, shit shit, shit, shit shit ja gut, das ist auch egal eigentlich, weil ja, relativ am Ende also ich wollte gleich nochmal Schluss machen so so, nee, warum ich gerade im Hintergrund war ich habe mich gerade dumm und dämlich gesucht an der Karte und zwar hat uns hier ein Schamas, diese religiösen Völker gesagt, dass hier in dieser Kaserne eine Karte hängen soll und zwar an der Südwand hätte ich vielleicht nochmal gucken können ähm, ja jetzt fühle ich mich dumm, weil mit den Infos Südwand okay, da hängt sie bloß man sieht sie halt kaum dann hat unser Computer gesagt, hier handgefertiges Material gefunden und da habe ich auch gedacht, ja wo, wo ach okay, wir haben die Karte geil naja, hätte ich drauf kommen können, aber ich war halt vorher auch schon am ganzen anderen war ich dann erst da oben irgendwo weil ich dachte, ich müsste hier, äh, ich ich, 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 ich dieser Schamas sagt in seinem Dialog halt etwas davon das habe ich jetzt gerade auch schon erzählt, aber ähm, davon, dass, äh, er diese Karte so gerne nochmal sehen würde und der ist aber direkt da zwei Meter weiter so, das, das sind mal so tollen Spiele, ne, wenn es irgendwie ist, genauso wie in so, ähm, MMOs oder, oder irgendwelchen anderen Spielen, wenn du eine Quest kriegst, so oh, seit 70 Jahren hatte ich irgendwie keine, ähm, Zeit mehr da hinzugehen und da habe ich aber damals was liegen lassen, was mir total wichtig ist, nimmst die Quest an und läufst gefühlt 10 Meter einfach um die Ecke um das Haus von dem Questgeber und findest da den Gegenstand, den er seit 70 Jahren nicht gefunden hat oder so naja 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 ne, ansonsten geht's mir sehr gut, ich hoffe, dir geht's auch sehr gut ähm, erste von drei Nächten gestern oh, kann man machen das Gute ist an drei Nächten halt, so, weißt du, dann komm ich aus der Nacht raus und denk mir na gut, sind nur noch zwei Ende Januar habe ich fünf ich weiß, das wären richtig Scheißtage weil da wird's dann echt so nach einer Nacht oh Gott, noch vier nach der zweiten Nacht oh, noch drei das ist einfach nicht gut drei Nächte sind perfekt im Unfall vier, aber vier ist mir oft zu viel drei Nächte drei Nächte, drei frei oder so aber, was willst du machen eine Kollegin ist immer noch krank und, ähm, naja so, hier ist die ominöse Gartenbrücke bevor wir uns die um, äh, bevor wir uns um die kümmern ne, ne, das ist lustig es gibt da echt, ähm, verschiedene, äh, äh, Ansätze, ne aber ne, sehe ich gar nicht so drei ist, äh also ich behaupte, das hat bei mir auch noch ein bisschen was zu tun mit aua ich glaube, zwei reichen schon von diesem Fenja ähm vielleicht hat es noch ein bisschen was zu tun mit den Leuten mit dem Bewohnern die halt, äh ja, wenn die halt jeden Abend das gleiche erzählen, ne da wirst du einfach täglich so das hat gar nichts, also ich mag meine Bewohner eigentlich, ne aber es ist dann, weiß ich nicht, das ist dann halt so, wenn und zwar habe ich, das ist halt auch nur, ähm eine Sache von einer Stunde, die ich mit denen habe, aber trotzdem, das ist, das ist, das ist irgendwie bräse ich die ist wohl kaputt jetzt na ja, genau also ist auch nur so mein persönliches Empfinden ich habe auch schon mal eine Kollegin gehabt, die kam aus dem Krankenhaus und meinte, die wollte sieben Nächte haben und danach irgendwie dann zwei Wochen frei oder so gefühlt ähm das haben wir ausprobiert, dass da, ne da bin ich völlig am Stock gegangen so so, was haben wir denn jetzt, das haben wir ja schon fünf, ne wobei ich halt auch nicht ganz persönlich angefangen habe äh äh so, jetzt kriegt er erstmal hier seine Phenea was diese Phenea betrifft ja, Ulukay ich habe hier zwei für dich ben Jod sei Dank du bist wirklich von ihnen gesandt Alarmaz Mishma nicht sehr lange Ulukay ich werde ihn jetzt so gut ich kann behandeln was will ich da machen ah, jetzt nochmal den Maul hier soweit ist jetzt hier, groß besserer Freund schon mal ne Sekunde her wird dein Freund wieder in Ordnung kommen? sein Phantasma wird sich mit der Zeit wieder erholen keiner, der heute hier war, wird je vergessen, was du getan hast wenn du jemals Hilfe brauchst komm zu mir, Ulukay ich werde mich bei dir revanchieren, wenn ich kann das ist ja nett ähm dann können wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen so den Weg bereiten dass wir auf jeden Fall nächstes Mal dann Mutter Saar zu Ende kriegen und dann geht's schon langsam aber sicher mit ja, ich kann's schwierig einschätzen aber mit relativ großen Schritten aufs Ende zu ja, wobei vielleicht noch zwei Aschka sagte, dass ich hierher komme und nach einem großen Stück reinen Helidiums fragen sollte ein großes Stück? ja ich würde sagen, zwei bis drei Wochen wir haben vor kurzem diesen seltsamen Fels freigelegt aber wir haben ihn noch nicht geborgen lass uns mal sehen, was in ihm steckt in Ordnung? gut ja, bitte gib uns etwas Zeit, um ihn zu bergen dann werden wir ihn zum Fels zerkleinerer bringen dort werden wir dann sehen, ob er reines Helidium enthält wozu brauchst du es? ich will den Leuchtturm von Cyana reparieren ah, dann solltest du den Helidium schnitzer in Okriana aufsuchen Sein Name ist Asiat Sein Vater war derjenige, der die erste Leuchtturmlampe erschuf du musst ihm das Helidium bringen, damit er es zurecht schnitzen kann Danke Zugriff auf Notepad erfolgt Krieg ich nochmal andere, die... achso, ja, okay, ich weiß was kannst du mir über den... der Felszerkleinerer wurde von einem meisterhaften Handwerker gebaut wir benutzen ihn, um große Felsbrocken zu zerkleinern meistens ist das Helidium vorkommen in diesen Felsen so gering, dass der Zerkleinerer es einfach zu kleinen Spänen zermalmt aber oft finden wir auch größere Stücke Wo ist der? An der Nordseite des Dorfes Ja, dann frag mal jetzt Gebt er da jetzt aus? Ist das erwähnter Stein? Guck ich nicht an, wie Ton schon mach was Ja, okay, ich glaube er läuft zum... er läuft zum Felszerkleinerer Gut Ja, das Lied haben wir heute auch schon gehabt dieses Bergsteier-Lied mussten wir nämlich dann mit einem Bettler zusammensingen und ähm vielleicht hab ich verrafft, also ich dachte ich hätte die Chance verpasst mir jetzt zuzuhören weil die Bienenarbeiter mit anderen Bienen auf einmal aufgehört haben zu singen Ähm, deswegen hab ich mich dann durchgeklickt durch den Dialogbaum, bis wir es dann so rausgefunden haben Ähm Hat geklappt, hat ein bisschen länger gedauert als gedacht Bäm So Boah Wo ist mein Elium? Hallo? Hallo? War jetzt was drin oder nicht? Hast du mal ne Sekunde? Ashkar sagte, dass ich hierher komme Ein großes Stück? Ja Tja, wir haben vor kurzem diesen seltsamen Fels freigelassen Gut Gib uns etwas Ich will den Leuten Ah, dann Danke Zugriff auf Notepad erfolgt Ja, da ist es ja Das große Stück Helidium Blaues Helidium Was ganz was feines Sooo Dalle Damit müssen wir jetzt aber zurück nach Asirath Die Teleporter hier hätte ich mir echt sparen können eigentlich Warum? Wo? Warum sind da hinten Krieger? Wo kommen die her? Warnung Schwache Energiequelle geortet Das ist ne neue Patrouille Ja, natürlich Hi Bye Du hast heute echt schöne 10 verpasst ey Die ganzen Kampf Also einmal die Kaserne wie wir die hier Rausgeballert haben mit Granatenwerfern War ganz schön Aber auf der anderen Seite die andere Kaserne Haben wir äh Wieder sehr schön mit Guerilla-Attackten Mit unsichtbar und Dynamit Gelöst Und da habe ich sogar eigentlich alle Waffen eingesetzt Mal Das war ganz äh Hat ganz gut geklappt Ich bin so stolz Ich bin so stolz Ich bin so stolz Ich bin so stolz in welchem buch du bist im bau buch wenn du baumaterialien benötigst solltest du jetzt doch nur der einzige anspräch oder hier kommt noch mal eine sekunde herr danke dass du nicht der rede wert und wieso nicht ich zahle den kriegern die hälfte meiner steuern sie verbuchen den vollen betrag als bezahlt und dann werden sie unglücklicherweise von den wächtern ausgeraubt was natürlich nicht wirklich passiert so haben alle was davon nicht wahr ja okay das was wir gewünscht haben dann müssen wir doch einmal einmal um die ganze welt und die taschen voller geld dann lasse ich mir jetzt von einem ich glaube ich hier stehen aber bei dem daoka nach wanker stehen da war der bettler asirat hey knaps kannst du aus diesem helidium stück eine neue leuchtturm leuchte machen ich kann alles aus die linie und machen und das weißt du auch also gut und ich fange an dann nach gut bitteschön komm später wieder ich werde mich beeilen sehr gut in der zeit können wir zu dem anderen gehen nach der kubel fragen kubel 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 es gab einen unfall im motor sah ich brauche ganz schnell eine kurbel bei den jods ständig passieren dort unfälle ja hier nimm dies das wird gehen danke zack zugriff auf notpaste befolgt schöner ist dass wir nämlich danach dann parkingscheid ok pass auf jetzt kommt richtig krasser flex so was sagt die uhr komm 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 ich hoffe das funktioniert wirklich so schnell so wir gehen mich jetzt an okazankar hier ist auch die kaserne ne oder achso ne warte mal die kaserne die kaserne mit den daoka ist die da hinten ne na gut sonst liegt doch und sagen liegt da nicht eigentlich noch irgendwo ein teleporter um metall geortet go cutter go so perfekt da ist das dann schon mal sah schwuppdiwupp so dann nach motor sah hier nehmen wir jetzt äh den teleporter 3 gestrichen gehen jetzt hier zur eingestürzten mine das sind großartige nachricht der schammerz wird sein fand dass man noch etwas länger behalten ich habe eine kurbel schnell gib sie mir in ordnung hier hast du sie vielen dank jetzt muss ich sogar in ordnung hier gibt es echt so viel metall und hier das war ja ganz schön mitgezündet bist du verletzt worden nein aber ich habe dieses wirklich interessante stück helidium gefunden als ich auf den aufzug nach oben wartete noch niemals noch niemals zuvor habe ich ein weißes stück gesehen weiß ja vielleicht kannst du ja etwas damit anfangen du solltest es nach ukriana bringen vielleicht kann dir dort jemand etwas darüber sagen das werde ich machen danke jetzt kann ich eine neue mine graben die waffen der krieger werden nun da wir eine zeit lang kein helidium abbauen können viel schwächer werden auch das freut mich ungemein dich und auch mich uns beide zugart das ist so nicht ganz richtig weil wir noch nicht offiziell die lieferung gestoppt haben deswegen hat es noch nicht direkt sofort auf die oder doch ok es hat doch schon teil anfluss auf die Feuerkraft dann habe ich nichts gesagt so jetzt das